Oh, Safe House, Alter. Das ist ja gleich mal die Runde zum Starten, ey. Was macht ihr da? Wie spät. Bad ist aus seinem Winterschlaf erwacht. Bad kringelt sich aus seiner Höhle. Ich war auf... Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was? CT. Oh, warum denn? Hasek. Ist egal. Also mach'n CT. Ja, kann nicht. Echt jetzt? Ja, ich geh rüber zu Terror. Boah, da fühl' ich mich eh wohler und mach' mich alle kaputt. Na toll. Super. Ich hab' alles wieder verlernt. Oh Gott, wir spielen ja... Oh Gott. Wir spielen tatsächlich Leute mit, die was können. Oh, Anna, warum bist du so leise eigentlich? Eventuell. Muss aber nicht sein. Ich habe jemanden... Hololol. Ich muss mal ganz kurz hier die Anna lauter machen, mit dir überhaupt nicht. Bratz, Bratz. Bratz, 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 Bratz. Oh, lol. Ah, der hat mich doch glatt gesehen, die Sau, wie ich in den Schrank gehirscht bin. Oh, blablabla, blablabla. So, Chat, wenn das ein bisschen zu laut ist, das Spiel, dann müsst ihr mir das nur sagen. Du kriegst... Enzima, du kriegst es auf die Fresse. Zack, zack. Ach. Ha! Hast du dir gedacht? Gibt es... Diese Map, guck mal. Oh, lol, Alter. Wie... Lol. Ich hab dich... Lol. Hahaha. Wiese. Hä? Oh, was? Gar kein Thema. Gar kein Thema nicht. Da habe ich ihn doch gerade gesehen. Oh, nein! Oh Gott! Beim Nachladen um die Ecke ist dir traurig. Äh, bei... Oh nein! Ich glaube, er hätte mich gerade holen können. Hat aber einen Titan. Gegeninander. Und zusammen. So wohl das auch. Gegeninander und zusammen. Einfach immer, einfach immer. Kerngedanke rauf. Kerngedanke rein. Kerngedanke Hauptsache Action. Ihr habt ein Motto? Oh, lol. Oh, Gott. Oh, shit. Wer war denn das gerade? Level up. Achso, der heißt so. Level up. Alter. Level up. Boah, was da für ein Massaker da oben ist, ne? Boah, krass, man. Da hatte gerade ein Schutzkrimmel auf der Hand. Naja. 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 Loll. Was für ein Typ, Alter. Ich dachte, er wäre tot. War er aber nicht. Nö. Ach, wir machen hier einfach jetzt, äh... Party, Party... Party, Party. Wo will er denn hin? Ähm. Oh, lol. Oh, lol, Alter. Da kam noch einer die Treppe hoch. Ich fasse es nicht. Richtig bad. Wir machen jetzt einfach echt mega Abfuck-Party. Was soll's hier. Bam, bam, bam. Tot, tot, tot. Leben, Leben, Leben. Ah, shit. Something, something, Counter-Strike. Ich dachte, ich kann noch wegrennen. Ich wusste, dass gleich einer kommt. Aber ist egal. Äh, weil... Hallo, mein Deer. Ah, okay. Alter. Ah, zwei Leute geholt. Boah, ich kann die Seite... Ich kann CT die Seite überhaupt nicht, ne? Ach, ihr seid ja alle... Ihr seid ja alle gar nicht Terror. Lol. Ich bin immer Terror sonst... Ich halt auch. Boah, scheiße. Ah, fuck that, Alter. Ich bin ewig lange nicht gestorben. Ja. Ah, krass. Warum geht's in dem Modus eigentlich? Äh, für die Kills kriegst du neue Waffen, bis du am Ende mit dem Messer halt jemand holen musst. Alter. Du... Camper-Schwein. Kann er nicht nochmal da hoch springen? Problem ist bloß, wenn er da hoch springt. Verliere ich wahrscheinlich wen anders aus den Augen. Ach. Lol, Alter, wie er einfach... Was war das denn? Ah, fuck. Hahaha, Double Kill. Na gut, okay. Nicht aufregen. Erstmal wieder reinkommen. So. Wurde mir da tatsächlich der Kill gesteilt. Der Friedrich hat jetzt... Der Friedrich rasiert sich... Yes. Meine AK. Ich liebe sie so sehr. Hat er sich nicht schnitten beim Rasieren. Okay. Mit der Stutflinte aus der Entfernung. Why not? Oh shit, überall Gänger. Shit, überall Gänger. Mann, wie sie auch von beiden Seiten kommen, die Mädels schon wieder. Ist doch nichts zu aushalten. Hahaha. Warte. Hahaha. Komm durch die Tür, krieg's instant auf die Fresse. Ey, ich will nicht sagen, ich hätt' dich nicht gewarnt. Ich töte dir. Ah, okay. Wie konnte ich denken, dass das klappt? Ah, alles klar. Aber... Ah. Gut, der Kleine wüsste es wieder... Dass jeder zu zweit kommt. Was hab ich denn jetzt hier im Next Seven? Scheiße. Ah. Der Hass. Hänge... Hängebleiber von Leuten. Oh, was? Wie... Das ist doch nicht... Das gibt's doch nicht. Easy. Oh shit. Ah, den hab ich nicht mal gesehen, alter. Das war ja ne miese Nummer. Du bist ne miese Nummer. Deine Modder ist ne miese Nummer. Nein. Hahaha. Boah, kacke. Wie kacke kann man... Oh, schalte. Huh. Aus der Hüfte links, ne? Lol. Und nochmal. Ich fass es nicht. Weck in no-scoped. Die Bitches. Nochmal hier. Aber nicht no-scoped. Oh Gott. Nein, ich lade nach. Fuck that, alter. Der Hass. Du hast mich doch nachladen sehen, du Sau. Lol. Lol. Das macht er nicht nochmal. Oh doch, das tut er nochmal. Tatsächlich. Hahaha. Da hat er ihn wieder weg in no-scoped. Lol. Nein. Oh, den Zirongo. Ich dachte, ich hol den nochmal. Scha und D. Ist halt immer gut zu wissen, wo die Mitte vom Bildschirm ist, ne? Ne, niemals. Auf keinen Fall. Nicht mehr. Alter. Alter. H-h-ha. 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 H-hahah. H-h-ha. Blutrausch.com. Ist ein schönes Spiel. H-h-h-h-h. Oh, fuck that. Oh, no, 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 no. Nicht dein Ernst. Ach so, ich dachte schon, ich wurde gemessert. Geil! Du wurdest gemessert! Du wurdest gemessert! So, ist egal. Bin wieder auf der nächsten Stufe. Alle kein Problem. Ja, dann bist du dir meine am Messern. Ja, wie schlecht! Wie schlecht! Manchmal stelle ich mich auch glatt an. Stelle ich mich dann da hin und warte ab. Sau clever. Oh, jetzt geht immer die Pistolen los. Ich fass das nicht. Jetzt schon? Bin noch nicht bereit dafür. Ich hab auch Pistole am Scho. Ach, ich weiß, man muss ja tief erzielen. Ich trottel. Was ist denn? Ich verliere ständig Leben aus Gründen. Aus Gründen? Hä? Von wo denn? Verlieben sie Leben! Gewinnen sie Tod! Oh Gott! Ja, da kam gleich Zeit! Und wo schießt denn der auf mich? Oh! Oh! What the fuck! Wieso ist das Wort nicht da? Da stand zwei Gegner! Instant! Oh ne, ich hasse diese Waffe. Da schießt man immer überall hin und nicht dahin, wo man will. Passiert hier mit einigen dran. Auf der dritte. Auf der dritte. Auf der dritte. Oh! 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 Ich hab ein Kolo, Alter. Hier, Teamklas! Schild mal eure Heimat! Das sind welche... Ja, ja. Was ist denn der P2000? Mit der Wiener Schläge... Mit der Wiener Schläge... Oh, leil, Alter! Ach so, doppelt. Alles klar, gut. Oh, Gott. Oh, shit. Someone got the fucking knife. Oh, die Rockhold ist ja mein persönlicher Feind. Oh, der wohl bestimmt mich. Hä? Ach so, du hast die Schrotten... Nein, 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 nein! Oh, Shinigami, ey. Sitzt der da in den Häusern? Okay! Dritter, naja. Aber es war doch... so gut! Puh! Naja, no! Das Gute daran ist, dass... So endlich mein Erlaubnis haben, dass er überall rein kommt. Yes! Sind wir alle drin? Ja, nicht nur diese, sondern es spielen halt... Nicht nur Leute aus unserer Gruppe... in der Community mit, die wieder die absoluten Volk-Pros sind und uns halt übelst wegrasieren. Oh, face it like a man! Ey, kann doch nicht sein, dass der nicht... Gertrud, warum stirbst du nicht? Gertrud! 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 Ach, hier ist jetzt erst los. Okay. Dinge, mit denen ich leben kann, lass das Spiel jetzt jetzt losgehen. Ich war ja erst die Aufwärmphase. Okay, zu... Ja. Zu früh, wir freuen, ne? Ich dachte, ich auch. Zu früh geärgert. Oh, kacke. Ah, wieder in der Fun. Oh, Alter. Sorry guys, no way. Hat mich gerade geholt. Mit dem Kerngedanken hinten rein. Oh, lol, Alter. Schon wieder! Oh, und Sirocco schon wieder! Sirocco! Derselbe Typ, wie er einfach gewartet hat, die Fotze. Ja, gut, okay. Oh, das wäre ja gewesen, wenn ihr mich jetzt noch gehört hättet. Ei, da ist ja noch einer rein! Fuck, von wo? Von überall! Das ist doch schon er hier. Kacke. Wer? Oh, kacke. Oh, kacke. Kacke. Ich lade doch halt nach! Fuck that, Alter. Von fünf... Von fünf Seiten hier. Ja, wieder von der Seite ran. Oh. Oh. Voll. Killsteal. Birocco stirb. Oh, Gott ist das süß, mein Hamster. Was tut der? Lol, Alter. Sorry guys, no way. Ja, der Typ ist ziemlich krass drauf. Der Typ ist ziemlich krass drauf. Der hat einfach um die Ecke gesprungen, weil er wusste, dass ich da stehe. Ja. Oh, lol, Alter. Aber wie ich auch gerade nur zu dumm bin. Also, ich spray halt total dumm. Ich stell mich halt gerade echt übel an. Das muss aufhören. Wanns mal? Der hat echt aggressiv. All the concentration has to come back here. Do me now. Das ist das französische Quatsch, was mich so gegrillt hat. Wie sah es euch? Na ja. Boah, Sirocco oder Jute ist halt einfach... Der nervt mich schon. Oh, fuck. Yes! Oh, lol, Alter. Ach, von der Hände? Ich dachte, war der Typ da rechts? Oh, oh. So. Haha. Super. Ja, sorry, Guy. No way. Alter. SAOE. Ich denke, SAOE sagt man nicht. Ah, fuck. Auch natürlich, kann man sagen. Ach so, oh, weißt du... Das ist immer das... Das ist immer das Beste, wenn man sich von Spielen so umgewöhnen muss. Oh, shit, Alter. Wenn man dann zum Ranzoomen die Taste hier drückt hält und sich wundert, warum man immer wechselt. Das war ja... Oh. Ja. Wer hat aber noch zwei wenigstens. Ja, wir... Wir sind einfach nicht am Arsch gerade, oder? Nee, nee. Ich dachte das nicht. Alright! Danke an... Madfroggy, Alter. Alter! Das war doch... Das war doch geplant! Mich ablenken hier im Chat, ja? Nicht zu fassen, ey. Ja. Ja, nee. Ja... Ja, nee. Ja, nee. Nein! Gertrud! Du Schweinehund! Du Schweinehund! Du Schweinehundin wahrscheinlich eher... Ah, der war noch... Ich glaube nicht, dass eine Frau sich freiwillig in dem Game Gertrud nennt. Nein, ey, das kann doch nicht sein, dass die einen so spawntrappen Du bist beschäftigt, einen zu holen, dann schießt der Nächste kaputt Ach, naja, mit der Schrotflinte da rein, ist natürlich eine blöde Idee Wo sind die denn? Ah, okay, ist klar Da war einer Wundervoll Ich hasse die Schrotflintenrunden Ich überstehe die nie gut Die sind zum Kotzen Nein, 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 von wo? Ach, da, ah, na gut Passiert? Niederstirbt mal I have no mouth and I must scream Oh lol Ich brauche eine andere Knarre Ich hasse diese Knarre Wir singen in diesem Stream Weil wir können Ja, whatever Oh, schade, das war ja hauptsächlich Die kommen über rechts Ja, können sie ja Vor allen Dingen aber kommen sie halt über rechts mit ner Scheiß Was? Äh, was? Ah, fuck Okay, warte auf, wie war? Wie kann denn das sein? No, scow Sorry Sorry, guy, no way Wollt mich einfach messern Und ich hab ihn einfach totgeschossen Ich glaub, ich hab ihn nicht gerade geteilt Leute, ihr braucht bei CSGO, braucht ihr nicht mitzählen, wie oft ich sterbe Dafür haben wir eine KD am Ende Warum klaut ihr mir immer meine Kills, Leute? Das ist lustig Das war dumm Wer sagt noch das? Ah, ich muss nachladen Ah, es ist so klar Ah, shit, wie gesagt, ich denke, ich bin raus, das guckt Bin mal ja dumm Ah, ich muss auch Ich komm nicht ins Spiel gerade Komm, komm raus Komm, komm raus, komm raus Krieg's auf den Sack Komm durch Ist mehr, komm durch Dann kommst du halt nicht durch Komm her Ich komm her Rechts, von rechts Lol Von rechts in der Mitte Mit der Pistole Boah, alter Echt jetzt eingekreist hier Das war ja eine bittere Pille Eber ein Oh nein, hab ich nicht Nein, Kartatze, alter Kartatze ist übel hart Boah Was? Oh, lol, alter Achso, der hat einen Schrot finden, der hielt Das macht natürlich hart Sinn Oh, um die Ecke Nein Kann doch nicht wahr sein Gut, Gert, hochweg Vom Fenster Er will einen immer messern, ne? Lol Hast du ihn echt gerade weggemesert? Ich hab's nur gesehen Und er ist da wundervoll aus Ja, hab ich Nice Scheiße, ich muss nachladen Muss nachladen Haha, da hat er noch lange genug Genau, hat gerade Wohin Hab ihn Kommt er um die Ecke und lässt er mich einfach weg Die dumme Sau Ach, er Die dumme Kacksau Oh, Rotz Ich hab gerade noch gesehen, wie Kartatze übrigens die Goldmesser Stufe erreicht hat Ey, wir müssen doch eigentlich jetzt nur hier hinten bleiben, oder? Oh shit, da kommt er, da kommt er, da kommt er Oh, Leute Ey, warte mal, wenn wir jetzt hinten stehen bleiben, müssen die doch zu uns kommen, oder? Ja, schon Na dann lass sie doch immer mal Da, oh Problem ist, die können den wahrscheinlich Da, rechts ist Kartatze, rechts nicht rangehen Vorsicht, nein, nein, nein Oh lol, Alter Was, was wir, was tun wir gerade? Ich meine, meine, meine Mausempfindlichkeit ist falsch eingesteckt Lass dir einfach rankommen, die können ja nicht, also wir müssen ja nur ausweichen, wenn sie mit dem Messer kommen Ja, hat ja damit erstmal nichts zu tun Doch, klar Oh lol Oh lol Alter Mit Messer oder ohne Messer? Mit Messer einer, auf jeden Fall Oh, Shinigami hat die Goldmesser Stufe erreicht Macht sie fettig Macht sie fettig Nooo Du warst zu greedy Du warst zu greedy Ey, aber schön, Zweiter und noch an Kartatze vorbeigeschliffen An Kartatze noch vorbeigeschliffen Oh, fast, ey Oh, scheiße, war ich schlecht, ey Vierter Ich hab am Ende auch echt ganz übel Richtig übel Ganz, was heißt denn die Krone? Keine Ahnung Ich hab am Ende auch ganz übel verkackt gerade Lake Ich hab die Kek Ich hab die Kek Ich hab die Kek Ich hab die Kek